So, da sind wir wieder zurück zu FIFA! FIFA mit dem 1. FC Lysion Und unser Team sieht wieder gut aus. Ja, läuft bei uns, allerdings wollen wir vielleicht taktische Maßnahmen ergreifen. Läuft ich jetzt noch nicht mal, oder? Ja, allerdings möchte ich, da Ibizovic doch abbaut, abbaut, würde ich doch dann jetzt mal den Barretts zurückholen. Ja. Ansonsten... Contento kommt mit rein, für Lenke. Ja, genau. So, erst mal so lassen und noch mal ein Spiel gucken, ob das so klappt. Ansonsten müssen wir was an der Taktik ändern. Ansonsten würde ich eher eine 4-4-2 machen. Eine 4-4-2? Ein Doppelsturm? Ja. Okay. Ja, mit Barretts und Bacon im Sturm, weil natürlich... Ja, die roten alles weg. Fallen ja nur so Tore. Ja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja auch so. So, gegen den 1. FC Bremen. Mit unserem Spieler mit grünen Haaren. Warum? Das Pelzel. Ja, der hat schöne Haare. Ja, Pelzel hat schöne Haare. Richtig schönen Pelz auf dem Kopf. Der Pelzel. Und auch auf der Brust. Vielleicht. Niemand weiß es. Niemand weiß es, aber vielleicht hat er das. So, Achtung, pass auf. Einen Schuss, den glaube ich dir. Ja? Drei. Zwei. Und... Oh, das haben wir leider nicht gesehen, was passiert. Er wäre bestimmt drin gewesen. Ja, er wäre bestimmt drin gewesen. So, es regnet. Es regnet. Das heißt, wir sollen... Wir sind im Ballstadion. Einfach mal schießen. Ja. Ja. Der Fighter ist übrigens wieder mit dabei. Oh, man guckt mal, ob er jetzt ein besseres Spiel macht. Er sieht auf jeden Fall schon mal sicher aus. Hat sich gerade getraut, mal von vorne vorzustoßen. Der wird jetzt schön entgegengekommen. Der Fighter hat den Ball. Ah. Umgespielt. Erst mal Ruhe reinbringen hier. Zurück. Oh, ganz schön weit zurück. Oh, soweit sollte er gar nicht zurück. Das ist lächerlich. So. Okay. Jetzt ein langer Ball auf die Seite, auf die Tügel. Du musst entgegenkommen, bis weggegangen. Hast du gesehen? Da sind nicht gefallen. Da sollen. Schon wieder alle stehen hier wie eine Mauer. Und... Und schade. Ich hab' ihn glaub' noch. Ja, es ist so sehr gut. Gut. Bremen am Anfang gefühlt schwächer. Ja, wir kommen gut ins Spiel gerade. Wobei jetzt haben wir natürlich den Ball verloren. Oh, jetzt ja. Ich versuch' durchzukommen. Kürz' das mal. Nee, Barrett' das mal mit dem Ball. Oh. Oh. Ja, fast abgefilgt. Ja. Genau das. Bei so'n Regenwetter, da kann sowas mal passieren. Da glitscht der Ball weg und alles ist irgendwie nass und... Ja. Ist schon schlimm. So, Paolo. Spiel den Ball rein. Oh. Das war nix. Da sollte er auch nicht hin. Er sollte... Ja, er sollte eigentlich wieder nach oben. Aber... Die sind irgendwie weggelaufen. Hat er vielleicht auch aufsetzen gewesen. Weiß ich nicht. Egal. Zwölfte Minute. Bis jetzt sieht's eine jermaßen Kärsflüsse. Komm schon mal. Was soll die Scheiße? Ich hab' das nicht raus. Meine Barrett' es ist ganz schön, es sollte... Was ist denn? Nein, dass hab' das nicht raus? Könnte das zu sein? Zudem, der sich so... Dann hab' ich... Was soll die denn? Gumm... ...und wenn ich, was... Wunderschöne... Kommt weggerutscht. ... so ist schon anbisschen... ...wund... Wunderschöne... laufen mit zu dem Ball schießt die Sammacht reinbelagert in Rhein ja es sind das knapp dort was man der mann ohne 1 Euro der soll wird weggerobt von der Nummer 13 das bist du oder das ist du da ist noch nicht so schön du hast mich nicht mehr zu sehen sie ist die Reimkuschel und das hat noch nicht das ist absoluter Tor war machtlos aber absolut machtlos den ersten mal noch das muss er aber beim zweiten Mal hagelsdorf ich wollte gerade Dings sagen, aber der ist ja mittlerweile kein Torwart mehr. Wiese? Wiese, der ist ja jetzt Bolliwälder. Oh nein! Was nimmst du mir denn den Ball weg? Tut mir leid. Nicht zu entschuldigen. Jetzt macht das auch ein Fehlpass. Jetzt kommen wir mal nicht so. Sonst habe ich noch hier. Ja komm, zum Torwart. Warum? Weil du den Ball jetzt hast. Ja. Dachte ich. Dachte ich auch. Schön! Ja, das ist mal applaudieren. Absolut. Das ist Bremer Standard. Nicht Dini Bremer. Was wieso nicht? Wir stehen Fans in uns. Gut, kann ich nix für. Nein, auch abbequisen. Oh nein, oh. So, jetzt mal ganz ruhig bleiben hier. Ich fühle mich mal 1-0 jetzt mal ganz locker hier. Egal, es ist ja da. Vor dem Stift gut geregelt. Schwupp. So, Mako, ein Spielerbuch. So, Mako, ein Spielerbuch. Flanke kommt und 2-0. Und 2-0. Wieder Gebarrens spielen, ne? Ohne Spaß. Bein Mannen. Er fällt dann. Er klatscht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Absolut. Ja, aber aus dem Nichts, ne? Das ist schön. Man denkt sich auch Spielaufbauern. Was, wo man die Verteidiger wie Freierder zum Kopfballkommler? Absolut. Wie aus dem Lehrbuch im Kopf? Wie aus dem Lehrbuch? Das hätte der Fußballgott nicht besser machen können. Absolut nicht. 2-0 für den 1. FC. In der 34-Minute übrigens. Kann man mal machen. Auf jeden Fall wir sind nicht besser als gegen Dortmund. Ja. Wir kommen hier besser ins Spiel. Wir... Recht liegt uns Bremer. Oh. Man soll ja selber behindert. Ja, bei den Ball zurück. Ja, ich bin da. Ich hab' ich. Ich hab' ich. Ich hab' ich. Vorteil vor uns. Cool, loslauf. Ich bin unten. Ich bin unten. Aber das kannst du nicht, kannst du... Komm an. Zieh dich hier um. Ach so, ja. Elfmeter. Elfmeter. Das war definitiv Elfmeter. Ja. Wunderbar. Ach gesagt. Der schießt den. Das ist du, ich will nicht. Wie du willst nicht. Ja, schade. Ich liebe Oh, schade. Ja, Barrett macht sein Hattrick. Drittes Tor in der ersten Halbzeit. Drittes Tor in der ersten Halbzeit? Also, kannste mal machen, ne? Oh, ganz sicher verwandelt. Das ist der Hattrick. Barrett ist unser Spieler heute. Absolut. Meine Güte. Aber wie arrogant. Warum? Ja, so lässig. Zack. Einfach. Komm, gib ihm Brechsteine. Das ist halt richtig reingekloppt. Ja, gib ihm Brechsteine, du scheiß Arschloch von Torwart. Der macht doch gar nichts in Torwart. Ne, der war so überrascht von der Geschwindigkeit. Der ist ja schon drin. Ja, Hattrick. Da kann man nichts machen, ne? Also, wenn man so einen Mann im Team hat, da hat man eigentlich schon gewonnen. Absolut. Mach ich den Wecken drängt, das gesehen? Hast du? Ja, faul, faul. Aber von uns? Ja, ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Guck mal, wie ich den Decke halte. Ah, den Pilzen machst du so ein Ding, den ich nicht. Ja, absolut nicht. Oh. Spiel einfach. Schön. Und weiter kommt sie noch um durch, sehr gut. Barrett steht. Paolo. Paolo, 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 die Funke. Ja, kommt, kommt. Oh, der sei ganz klar. Der ist der vierte Tor von Barrett gewesen. Wir machen heute hier ein Spiel, ne? Vielleicht doch nicht. Das ist doch ein Sturmmann heute, aber schön bedient von Paolo. Ja. Und Paolo kommt direkt mit der Flanke noch rein. Wie kriegt man bei der Ecke immer selbst den Ball, ne? Das ist ganz komisch. Ja, weil sie auch nicht. Es hat noch gehüpft, Kukuma. Der gar nicht gemusst. Das war knapp, ja. Uh, zwar nicht so cool. Na, erstmal weg. Na, jetzt mal weg. Na, jetzt mal weg. So, Spielaufbau, Spielaufbau. Oh, oh. Oh, die wollen aber wissen. Sie zurück. Die wollen aber wissen. So, Richter. Die war ich noch gar nicht so viel gesehen. Letzten beim Spielen. Stimmt. Ach, guck mal, wie er da durch. Schade war. Stück zu spät. Oder? Ich krieg zu viel. Ich bin da zu viel losgelaufen. Hab ich aber gesehen. War cool. Das heißt, du siehst, dass ich lauf und du spielst. Das ist ja eigentlich das ganz langsam. Kann man mal so machen. Oh, oh. Hast du? Ich hoffe. Spiel zurück. Also da zurück. Er wollte ich auch. Verabseits. Das war aufseits. Wiesenhof-Werbung. Wiesenhof-Werbung. Wie man darf von Werbung machen, weiß ich nicht. Oh, guck mal, ey. Das war ein Schmerz. Aber guck mal, das sah auch so aus beim Tor, als wenn der Kürz den Torwart hätte behindert im Fünfer, ne? Das war ein schönes Kopfballtor. Und das war natürlich ein Brett. Absolutes Brett. Aber dann gucken wir doch bitte noch mal das erste Nicht an. Das wollen Sie sehen. Ja, noch mal gucken, ob der Kürz wirklich behindert hat. Das können wir nochmal später mal sehen. Wir sehen wir bestimmt gleich nochmal. Alles gut. Ein Jahr. Ja. Wir brauchen nichts ändern. Ne? Weil Challenge One Insystem ist natürlich schon krass, ne? Absolut. Kommt jetzt nach Vorschrift oder legen Sie noch einen drauf? Was meinst du? Ich denke, die legen da nochmal zwei drauf. Ja. Naja. Mindestens zwei. Bin gespannt. Vielleicht kommen wir auch nochmal zurück, aber das traue ich dem derzeit gar nicht zu. Ne, die sehen ziemlich... Dankeschleißen. Die sehen kommen nicht fit aus der, ähm, aus der Pause, ne? Absolut nicht. Das ist überraschend. Was macht denn der Trainer da? Ja, das Wort zum Sonntag gibt es wahrscheinlich nach dem Spiel. Das denke ich auch. Riesenfehleranalyse. Das ist kein guter Start in die Liga. Die neue Saison. Bei Illusion ist das natürlich eher anders, ne? Einmal eine Halbzeit gegen den, äh, Vizemeister und dann, äh, jetzt ein Sieg, wie es aussieht gegen Bremen, das kann man schon mal machen. Ja. Vor allem für die erste Saison in der Bundesliga. Kommt, zieht er durch, zieht er durch, er setzt, Barry setzt sich durch. Und die Penzle stehen in der Mitte. Glaub ich, was er ist. Ah. Ecke. Ecke. Ecke rausgeholt. Er wollte einfach nicht. Mach doch mal was. Ach so. Oh, dann kann ich mal da hinten hier. Ich hab gewundert, oh nein. Sollte so gar nicht. Damit ging, genau. Das ist gar nicht so cool gewesen. Spiel. Mann. Ja, das wegmachen. Ich kann nicht mehr steuern. Der war schon zu weit durch. Ich kann nicht mehr zurückholen. Ich muss nur durch. Bist du leise, ich muss nur lauter reden. Ja, ich muss lauter reden. Ich war gerade voll konzentriert. Ja, das kennt man. Und lass nicht durch. Oh, scheiße. Oh, das gibt nen Elfmeter. Ah, fuck. Aber der, der Wiesenhofverein, die wollte den Schiegel nicht durchlassen. Ja, schäm dich. Und gelb. Gelb der Richter. Ist das verdient, meine Damen und Herren. Schauen wir uns mal in der Wiederholung an. Absolut. Er ist da. Ganz rabiat. Absolut. Er geht da. Konsequent in den Zweikampf. Aber den Ball hat er nicht berührt. Nee, 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 das war absolut nicht. Oh, Hand kommt rein für Macchiadi. Und Hand spielt jetzt bestimmt nicht. Jetzt bist du. Geh mal noch um rechts. Ne, weiß er nicht. Ach so. So? Ja. Oh, schade. Oh, schade. Ja, werden wir mal stehengelegen. Isanto schießt da in der 59. Minute das 3 zu 1. Na, immerhin. 1 zu 3. Ja. Na, vielleicht kommen sie noch an. Wir müssen jetzt aufpassen. Ja. Und sonst fängt er an für Zauber. Hast du gesehen? Nee, gar nicht. Ja, toll. Ist kaputt gezaubert. Ja, komm mal rein. Sajan, hat er den noch? Wer ihn durchgefummelt hat. Kriegst du den? Oh, der Chris. Schön durchgezogen. Mal zeigen, was er kann. Schön, was er kann. Schön, was er kann. Ja, absoluter Restor. Unser erster Fernschuss. Stimmt. Außerhalb des 16ers. Oder, 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 oder. Ja, gerade so einer Linie. Gerade so einer Linie. Schönes Ding. Der Chris kann also auch ein Tor schießen. Komm, vollkommen durchgezogen. Bis jetzt haben, glaube ich, alle Tore, kommen nur von unseren Stars, ne? Barrett und Chris. Ja, läuft. Von den Gründern, von den Gründern. Ja. Hab ich gehört. Die haben den Verein gegründet, als die letzte 3 waren. Barrett und Chris haben sich mit 3 Uhr gesagt. Ich kenne die beiden ja nicht, ne? Aber ich habe das nur gehört in der Zeitung. Ja. Ich glaube, die waren noch mal bei Stern TV zu Gast. Stern TV? Ja, ja, ich glaube. Kommt mir niemandem gegen. Wieso? Hat das geklappt? Ey, ey! Fummelt der uns aus? Ah, nein, das ist doch der Ding. Schönes Ding. Äh, no. Ja, gut gemacht. Der Blade. So. Spielaufbau. Noch mal ganz von vorn. Wohl, da ist aber Risiko im Spiel. Wer wollte auch mal für Konten die Beleine, ne? sie ist das erste was bernd reingelassen hat stimmt aber elfmeter kann man kann man durchgehen lassen so schade ein schöner versuch mal einfach mal nicht gepflanzt haben mal gespielt ja auch den ball bekommen seien ist jetzt nicht der top torjäger aber mal geschossen oder tor schütze geht raus ich möchte auch wechseln ja richter richter muss auf jeden fall raus soll man in der gelben karte und wenn du dich an und wenn du kommt rein und sich das ging nicht der kann dann kann ich bin länger bringt trotzdem contento so und jetzt haben wir einfach Prozent contento auf Prozent links für Pelzel so noch mehr jetzt kommt der wird es für welchen das reicht in den Rest müssen wir behalten fehlern sich verletzt ja oder auf die Uhr wechselt mensch überraschend absolut überraschend doppelwechseln welches das könnte vielleicht ist das taktische Konzept nicht aufgegangen ja ja stimmt aber doch bei einem 4 zu 1 kann man sagen das läuft meinst du direkt Foul von Wolf es sind ja egal nicht Ersatzspiel Wolf wurde gefault sondern Spiel ersetzen ach ersetzen sollen sie das spiel ich verstehe mal hier das erste bei besitz bacon drinnen gleich mal zwei aus später runter später nein er macht selber aber er macht es er komplett selber und ich bin von ihm an Sieg aufgrund der ist wie 13 man es macht es will aber komm mal schön gezogen wollte man zeigen dass er ein Dienstandspieler ist und nicht nur mein Gewechseln nicht richtig richtig aber ich meine Welt hat drei Tore der Ausland ist was machen jetzt ich glaube wenn man ihm die Gelegenheit gibt dann macht er das auch das kann schon sein wir haben dann wirklich Nuxus Problem auf der Position da bin ein Geld man viele für der Schauspieler der Becken und was war der Nürnberg umspiel in den Beinen das jetzt machen ich bin aus er war verletzt er muss das macht man ja das macht man so wir haben selber nicht verletzt die Wörter nach der Suche und wir sind bei nicht zurück so und ich habe es so gut so eine Finterse gesehen so eine Fähre ganz immer Geld hallo mindestens Jahr geht doch Geld der Hand ist es für ein Ramiate Spiele für sich hat er die Gelder Kassel sind zu tun oben schlucht und die will die 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 kommt die 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 gesundheit nicht es macht in der so interessanter passt absoluter soll ich zu Paulus entstehen die Mehrheit nicht mehr Paolo wollte nicht nach hinten werden Paolo hat schon abgeschaltet er schon wieder in der Kabine duschen mit Prozent sein drei Mädels und die Trinken und die Träger ist dabei nicht zu dürfen mittlerweile ein Kuhl zu und oder bleibt Becken ist hängengeblieben aber Becken zieht man nach hinten jetzt sind davon die Becken ist so schnell dass er da so sei an seien kommt und jetzt im Kopfball aus jetzt aber im 5 Freistoß wir und wir haben wieder das Meter was das Meter er kommt nicht von mir auch da Paolo um oder der Mauer steht ja 2 ja viel zu weit macht er denn da der Fighter ey er wollte sich selbstbewusstsein getankt haben wollte das mal zeigen da aber allen kann ich hochhalten und dann noch ein Wolli schießen das ist ja der Wahnsinn hat die hier für ein Talente haben das weiß nur niemand schön in die Mitte gespielt jetzt setzt sich Becken durch neun Becken sitzt nicht durch aber der Ball ist noch heiß oh das war knapp ach und da kann man ja mal schießen so 90 Minuten übrigens machen wir noch ein Tor wir machen noch ein Tor 1 kurzer Pass auf Bacon oh das war knapp meine Damen und Herren was sehen wir denn hier heute und er kommt mal der Becken der macht es doch noch 6 1 gegen Werner Bremen vielleicht ist es doch ein Tick zu leicht aber ich glaube nicht Werner Bremen war halt nicht in einer guten Verfassung der Ringe spannend war mal gucken mal was für ein schönes Tor einfach mal durchgerollert einfach mal Rottebein mal pfeift doch nicht ab nur noch da lässt sich doch das ist noch mal so es hat abgeführt um hier bei uns bei uns bei uns geht's mitnehmen das ist ein interessantes Spiel die Topstars vorne sie haben gezeigt was sie kann absolut und was sie das hier geht jetzt absolut ich glaube mit könnten wir man hat sich ein Ekelhaft das war ein Arrogan der Hälfte Absolut er wird sie natürlich die beste Werte mit dem mit dem Herdwerk Becken wird es auch eine 9,3 aufschönen ja aber wirklich die beiden Spieler aber Richter Richter absolut schlecht gelaufen 4,9 für Richter kann ich nicht nachvollziehen doch der hat der hat einmal die Gelbe bekommen hinten hat den Elfmeter ausgelöst da hast du natürlich einen Minuspunkt bekommen absolut also Richter muss sich jetzt im Training noch mehr anstrengen und gehen in den Startelf der kommt ja nie zum Training der meldet sich ja nicht ja was ist denn das los der kommt echt nur nur mal zum Spielform warum stellen wir den ja nicht auf Nürnberg 1 zu 0 gegen Hertha Frankfurt hat verloren gegen Bayern mehr kann ich leider nicht vorlesen das macht mir gar nix so Dortmund übrigens auf 1 und wir auf 3 und wir auf 3 direkt nachgezogen richtig schön das macht doch Sinn Dortmund Bayern Edition das sieht man eigentlich täglich in der Tabelle absolut das sieht man wirklich immer ja Affenjunge mit Sieg im zweiten Spiel kann man machen so simulieren wir es weiter und das nächste Spiel machen wir noch eine Pressekonferenz ja na klar so Konferenzen wir noch eine Runde oh keine Konferenz mehr da schade Konferenz ist abgelaufen oh was mache ich denn speichern das kann nicht so schlimm nö will ich jetzt nicht komm mal kurz speichern so das sieht alles super aus ja aber der Richter muss halt raus ist klar ne na gut der Richter der wird jetzt erstmal ein bisschen Bestrafung bestraft hat der auch ne ähm für ja ich Röcker haben wir mal Röcker rein weißt du vom Stammspieler zum Reservespieler ist natürlich eine Degradierung ja absolut aber alle Pfeile nach oben freut mich ja absolut warum sag ich so oft absolut weiß ich nicht aber der Richter der kann ja mal für Schmelz rein ne ne danke guck mal hier der Richter guck mal sein Antritt seine Sprintgeschwindigkeit da kann ja nix der Richter also wohnt der seine 78 her ähm da wahrscheinlich Ballkontrolle 80 kurzer Pass 87 Mann Deckung 85 zwei zwei Kämpfe das ist auch krass eingerein du hast die so irgendwo hat er gar nix da haben sie gar nicht so sind richtig gut ja wovon ist zum Beispiel richtig für Arsch Elfmeter richtig für Arsch das sind jetzt haben wir alles und Elfmeter wert schon mal du hast sie eingestellt wenn du den einen Sohn Elfmeter werden gehen wir haben verdienen wir jedes Elfmeter spiel wenn sie was mitgefühlt Alter hm das ist okay der Becken hm also der selbst der Becken mit einer 290 hat 59 Elfmeter wir müssen mal Elfmeter trainieren ja absolut ja kann man das so einstellen Alter André das ist auch der Torwart man achso Sebastian Bock ist Torwart ja auch Neuer hat auch schon eine 80er Wertung er kann richtig gut schießen ja 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 na gut dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder gegen was oder wen Stuttgart Stuttgart sooo Manchester City hofft Barrels zu verpflichten das war war eigentlich zu bezweifeln ich auch so bis dahin Haut rein!